Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. In der letzten Auffassung haben wir seit ein paar Minuten verloren gegangen. In diesem Moment bin ich in den Südorf gegangen. Haben wir knapp noch einmal einen Rack erhandelt. Naja, ich bin fast. Was wird der an? Am 11. Rack gegen eine Kettenrüstung? Nein, danke. Achja, hier den Kohle habe ich... Ne, Kohle hat nicht eigentlich raus. Das hätte ich hineingekommen, wenn da endlich nicht zugegangen sind. Wir haben einen Abwehrkarten, ne? Oh! Oh, da werden wir noch viel weiter vermissen. Nichts. Wir arbeiten noch nicht. Oder was? Und du musst es noch Papierzeilen, die zack, 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 zweimal lösen, schade. Ob ich schieben, das Buch wird es noch einmal nehmen, wenn ich zwei weg. Und du musst es noch einmal nehmen, wenn ich zwei weg. Und du willst noch mehr tauschen, ach man, geil, geil. Scheiße. Wo ist er, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Wo die Jensen haben. Da tauscht Ender Augen. Oh Gott. Da tauscht auch Ender Augen. Oh Gott. Die Kohlebrauch lässt man ja nicht. Wo ist denn so komischer Alchemist denn? Ein Enderman! Der Freund will ja auch nicht mehr tauschen, so ne scheiß aufschiebene Bruch. Da, kein neues Spiel. Die Blüte ja so gut sehen. Die Blüte ja so gut, dann wollen wir nur noch die Blüte und die Blüte. Die Blüte ja so gut sehen, jetzt vor allem, wenn wir nochwww. Die Blüte ja so gut sehen. Sovielbüte ja so weiter sehen. Wie ne immer, die Blüte, Blüte ja so weiter sehen. Die Blüte ja so weit sind ja noch nicht lang. Fertig, weil die Blüte ja so gut sehen. Nein, ich will kein Signal aus dem Kuchen an. Scheiße. Komm schon, ich will das Signal aus dem Kuchen an. Scheiße. Kann ich mir hier noch mal einen holen. Uh, gegen vier Glas. Ach, ich verstehe, wie er handelt, dass sie mir angeboten haben sie nachher. Ich verstehe. Ich verstehe. Und den haben wir jetzt schon auf vier hochgehandelt. Wow. Und der hier 15 rohes Fleisch in eins mag. Ich verstehe langsam. Mit der für den Rock nichts zu haben? Scheiße. Das Ende muss ich auch mal loswerden. Weg mit dir zum Lie. Ich habe nicht viel Schnee hier. Ich verstehe. Ich verstehe mal. Ah ja, ich habe jetzt nichts mit Weizen getauscht. Eimer, dann wäre es auch schon wieder vorbei. Blaust du nicht, oder? Ich finde, wir machen uns erstmal ein bisschen Glas. Das wollten wir jetzt in der Zeit machen. Na, mal weg, da haben wir auch schon wieder ein paar gekriegt. Sieht gut aus. Ich verstehe, lange sind die NPCs hier. So. So, Kohle. Der will Wolle noch machen. Scheiße. Da kann ich nichts machen, ja. So lange wir irgendwie Münster noch mehr gewinnen. Was ich machen kann, ist... ...eine Eisenwurst hinzumachen. Zack. Dann kann ich den Lederharnisch hier... ...weg. ...eine Eisenwurst hinzumachen. ...und dann... ...eine Eisenwurst hinzumachen. ...machen wir ganz schwer davon. Was ist das? Ein Holzklopf? Das ist auch neu. Ein Dölk. Das kann doch nicht diesen geilen Holzklopf. mitmachen für die entwicklung politiker und Das ist ja doch wohl. Wir können den LPC nutzen, aber wir können den LPC nutzen. Wir können den LPC nutzen. Naja, üblich sage ich, der Kotzbefall, der wird 2 Minuten fehlen, also da ist einfach kühn ruhig schlacht und ne, also das ist viel fehlt da nicht von dem Fall, also. Hier noch ein paar Bücher, ein 7. Smaragd, ein Endeauge hier, frügend Jahre. Ja, Glas. Wie sieht der, sieht nochmal Glas schön aus, ja. Zapp, 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 zapp. So was. Oh, ein heißer, ja, das ist ja geil. Da kann ich mir gleich nochmal eine neue Rüstung kraften, ne. So, was will da zum Fenster rein, glaube ich. So. 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 Ich muss die Scheibe rein... Ich muss ihn rausgucken ein bisschen... Nein, der NPC angegriffen, so Mist! Das ist ein weiteres Ding. Das ist ein weiteres Ding. Das ist ein weiteres Ding. Oh, da wird er auch wieder. Ich bin jetzt wieder ein weiteres Ding. Woops. Wie bist du in das Haus reingekommen, Sondi? WTF? Wie bist du in das Haus reingekommen? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Oh, ich hab immer noch ein paar Bespielen, das wird verrückt. und 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 Kohle. Irgendeine Satte haben wir. Das ist gut. Das ist gut. So. Hier sind die Zemmisch da reingekommen. Hier sind die hier reingekommen. Ein bisschen dausend. Da wird man etwas tausend. Jetzt weiß der Markt für mich. 2 Opfern Ente Auge noch ertauschen immer noch nicht tauschen ich mag das irgendwie nicht mehr wie willst du den Sattel mir anlegen finde ich eigentlich gebrauchen im Sattel das ist auch Blödsinn die Wolle habe ich auch nicht so viel ja komm her du komm zurück so der was hat der hier mit Boden oh Mist der war mit Ende Auge zack Ende Auge geht dann der 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 Und der Kuhle haben. Ich habe noch ein Glas an die Botenhandel. Ich nehme ein Glas an die Botenhandel. Ich nehme ein Glas an die Botenhandel. Wiresa von Sambu umgebracht worden, aber es sind weniger NPCs. Nicht Mode Astro. Ja? Oh, so. Ja, tauschen sich nicht mehr. Scheiße, wir wollen, ich tauschen leider. Ha, erwähnt euch hin. Ich gebe noch ein paar Seiten mit. Und dann kann ich eben jetzt mal ein Endeauge machen. Jetzt für den Endeauge, Mann. Wenn man ein Ende aufgibt. Du brauchst das nicht. Du brauchst das auch nicht. Die ist dann Satte, das könnte ich auch mal irgendwann brauchen. Du Schwein reiten kann ich dann nicht. Du brauchst das nicht. Ich hab da noch einer. Ich hab da wieder ein paar Augen. Zack, zack, ein paar Augen. Und da will ich auch noch tauschen, das ist super. Ist der noch nicht weg? Voila. Und hab ich auch schon eine Ei, wie da vorne mit der vorne weg. Gut, nach zwei Ender auch schon drei Ender-Augen wird er. Ob ich hier noch ein Enter-Tool hinsetzen kann. Too many items. Bis zum nächsten Mal.